Herzlich Willkommen zurück beim Landwirtschafts-Ambulado 2019. Ich habe es wieder herausgefunden. Ich habe dieses Spiel einfach schon zu lange nicht mehr gespielt. Wir gehen in das Menü. Wir gehen auf Land. Gehen auf das Feld. Leertaste. Kaufen. Das war zwar einfach, oder? So, ich würde sagen, wir stellen jetzt hier direkt erstmal einen Helfer ein. Damit wir nämlich andere Dinge währenddessen machen. Da haben wir noch 600.000 übrig. Mit dem Geld. Ah. Okay. Oh, oder noch? Ja, okay. Wir steigen aus. Okay, Aircube wird angesät. Wir gehen wieder zurück zum Händler. Ich gehe mal davon aus, das Big Pack können wir nicht verkaufen. Nein. Okay. Gut. Dann. Hm. Mähtechnik. Fortmaschinen. Mähdrescher. Traktor. Wir brauchen ja noch verschiedene Sachen nachher. Ja. Okay. Ich glaube wir sollten erstmal kurz ein bisschen zusammenbrechen. Wir sehen jetzt gerade... Ähm. Was sehen wir nochmal? Scheiße. Äh. Steht direkt gar nicht. Wir sehen Raps. Okay. Raps können wir ganz einfach mit einer normalen Mähdrescher glaube ich. Okay. Wir gucken mal mit dem Händler kurz. So. Wieder zum Händler. Äh. Mähdrescher. Okay. Mähdrescher sind echt teuer. Krass. Das ist ein bisschen zu alt. Das ist... Ja. Ja. Das ist okay. Ähm. Wenn ich jetzt gerade wüsste welches Symbol das ist. Scheiße. Ähm. Zurück. Ähm. Zurück. Okay. Ich will die Blumen mit zwei Blumen aus dem Tank. Dann gehen wir nochmal zurück. Sorry. Für das Chaos. Okay. Das funktioniert. Dann können wir den nehmen. Den kaufen wir jetzt wie er ist. Geht eh nicht anders. Ja. Möchte ich so. Und dann brauchen wir für den Schneidwerk. Das glaube ich hier. Ähm. Tiefläuterförderband. Mähtechnik. Ist das Mähtechnik? Ne. Schneidwerk. 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 Ist doch hier. Huh. So. Was ist los? Bin ich gerade blind? Mal hier hin. Ist das vielleicht weiter hinten? Die Schneidwerke? Nö. Was haben wir? Forstmaschinen. Schiebeschilder. Das ist komplett tiefläuterförderband. Transportanhänger. Kontaktlader. Frontlader. Tierhalter. Ballentechnik. Wende. Schwader. Ne. Deshalb willst du Transportanhänger. Hä? Das sind nur Fahrzeuge. So. Bin ich gerade. Blöd? Förderband. Tiefläuter. Teleskop. Schiebe. Forst. Ladewagen. Miststreuen. Okay. Wir suchen anders. Ähm. Wir haben gerade. Gekauft. Ja. Die Marke nochmal. New Highland. Ah. Okay. Da. Dann halt so. Ich glaub das sollte passen. Für unseren. Für unseren. Das hab ich nicht geguckt. Die hat doch passt. Okay. Der Isar auch schon. Irgendwie ist das da auf den. Bildern moderner aus? Egal. Nein. Das was. Das war. Hj. Das war. Das war. Wie richtig. Und in Lux. da kommt das ist so jetzt brauchen wir noch was wir sind ja noch nicht fertig mit kaufen wir brauchen noch mal ein traktor jetzt sagen wir auch so einen kleinen so wie er ist so dann brauchen wir einen normalen anhänger hier gibt es da ich möchte aber normalen anhänger okay ich bin dumm ich hätte hier klicken können hier sind auch die schneidwerke okay meine schuld sagen so was hier damit kann man alles okay dann nehmen wir den der kann 3100 liter so 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 Das können wir auch schon mal oben innen stellen. Der macht unser Feld. Wenn das Feld hier fertig ist, dann können wir hiermit starten abzuerrten. Das nächste Feld laufen wir direkt noch. Das können wir jetzt gleich machen. Hm. Ich wollte schon sagen, Feld 3 kostet 101. 1,1 Millionen. Was kostet eigentlich Feld 2? 900.000. Das will ich nicht. Das hat so eine komische Form. Ja, ne, mal Feld. Das noch. Ja, kaufen wir. Dann können wir nicht da was anderes sagen. Wie gesagt, bauen wir da drüben Gras an. Können wir nicht? Probieren wir mal was aus. Wir haben noch 200.000. Glücklicherweise. Ähm. Jetzt gehen wir nochmal hier hin. Mähtechnik. Okay, der ist zu teuer. Dann nehmen wir einfach nochmal. Reicht eigentlich auch ein kleiner? Nee, reicht nicht. Wir müssen noch was ziehen. Nehmen wir nochmal den. Nehmen dafür. Vorne das. Und hinten ran. Ein Ladewagen. Ja, der kleine tut es auch. Nein. Habe ich noch einmal gekauft. Habe ich eigentlich schon einfach Gras holen können. Schau. Ja. Das ist schon gut. Was ist das denn? Das ist so ganz zu stark. So. Das hat schon gezwert. Das hat schon gezwert, keine Drache. Aber wenn man sich mit das zu tun ist, ist das so ganz zu stark. So. planal und so so, hinten dann die Mäbel aufklappen dann die Ladebein anschalten und die Ladebein die Ladebein die Ladebein die Ladebein die Klang die Ladebein dass Das geht echt um Schade. Fährst du in diesem 17er? Oder vielleicht 17er? Nun konnte man einfach alles was Hummel hoch erhoben hat. Schade. Okay, dann aber definitiv, hier kann ich mit dem Ding auf Gras sehen, machen wir das Feld fertig mit Gras und das andere Feld machen wir dann einmal voll mit Gras. Gut, ich beschleunige das Ganze jetzt einmal und dann sehen wir uns wieder, wenn das Feld fertig gewachsen ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.